Nachdenkseiten Die kritische Website Gegneranalyse Das Bundesfamilienministerium finanziert ein Überwachungs- und Diffamierungsportal gegen kritische Medien. Ein Beitrag der Redaktion Der Vorgang ist ein medienpolitischer Skandal, der seinesgleichen sucht. Und an die Wurzel unseres bisherigen Verständnisses von Demokratie und Pressefreiheit geht. Das Bundesfamilienministerium, kurz BMFSFJ, und die Bundeszentrale für politische Bildung, kurz BPB, finanzieren mit sechsstelligen Beträgen ein Projekt der Grünen-Nahn-Stiftung Zentrum Liberale Moderne, kurz LIPMOD, mit dem bezeichnenden Titel Gegneranalyse. Ziel des Projektes ist es laut Darstellung der Stiftung, systemoppositionelle Medien zu überwachen und zu analysieren. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit legen die Macher dabei auf die Nachdenkseiten. Vom Bundesfamilienministerium ausgestattet mit allein 284.590,33 Euro, ausgerechnet im Rahmen des Programmes Demokratie leben, ging im August 2021, zunächst kaum beachtet von der Öffentlichkeit, ein Projekt mit dem Namen gegen Medien, Gegneranalyse, gegen Medien, als Radikalisierungsmaschine an den Staat. Das, von unser aller Steuergelder finanziert, handanlegt an einstige demokratische Grundwerte. Kritische Medien wie die Nachdenkseiten werden dort als systemoppositionelle Gegenmedien bezeichnet, die, Zitat, selbsterklärte Gegner von liberalen Demokratien sowie Gegner der offenen Gesellschaft seien, Zitatende, die es in Form von monatlichen Monitorings zu überwachen und in Form von Fallstudien zu analysieren gilt. Nachdenkseiten als eines der Hauptziele des Projektes Dass die Projektverantwortlichen die Nachdenkseiten als Hauptgegner ausgewählt haben, wird alleine dadurch deutlich, dass nach über elf Monaten Laufzeit das Gegneranalyseprojekt bis Juni 2022 nur eine einzige Fallstudie veröffentlicht hat. Diese beschäftigt sich ausschließlich mit den Nachdenkseiten und verbreitet dabei Behauptungen wie diese, Zitat, Wie diese Untersuchung zeigt, handelt es sich bei den Nachdenkseiten um ein stark ideologisiertes, undifferenziert argumentierendes Medium, das radikale Widerständigkeit postuliert und als Scharnier für verschwörungstheoretisches Denken fungiert. Bei einzelnen Themen reiht man sich dabei bewusst in eine fundamental-oppositionelle Querfront ein, Zitat Ende. Auf die haarsträubenden methodischen und inhaltlichen Defizite dieser sogenannten Studie gehen wir hier nicht weiter ein. Das hat bereits Albrecht Müller in einem Telepolis-Interview getan, welches an dieser Stelle verlinkt ist. Sowie Prof. Dr. Sabine Schiffer für das Institut für Medienverantwortung, deren Einschätzung an dieser Stelle verlinkt ist. Auch in den monatlichen sogenannten Medien-Monitorings liegt ein Schwerpunkt auf den Nachdenkseiten. Diese Beiträge zu den Nachdenkseiten stammen ausschließlich aus der Feder von Matthias Meisner, einem ehemaligen Tagesspiegel-Redakteur, bekannt für seine intriganten Artikel gegen Sarah Wagenknecht. Schon im ersten Beitrag vom November 2021 werden die Nachdenkseiten in einem Atemzug mit der rechtsradikalen QN-Insekte genannt, sowie als befinden sich auf Querdenker-Niveau bezeichnet. Im Monitoring vom Januar wird behauptet, Zitat, die Nachdenkseiten untergraben gezielt das Vertrauen in die deutsche Medienlandschaft, Zitat Ende. Mit ähnlichen Behauptungen geht es auch in den anderen Monitorings zu Februar, März etc. weiter. Die dahinter steckende Absicht, zu diffamieren und herabzuwürdigen, ist offensichtlich. Man muss sich das wirklich noch einmal vor Augen führen. Für eine Summe, mit der man zum Beispiel sieben Kindergartenerzieher komplett für ein Jahr finanzieren könnte, veröffentlichte die Gegneranalyse der LipMod bis Juni 2022 eine einzige Fallstudie, eine Auftragsarbeit zur Diffamierung der Nachdenkseiten. Als weitere Hauptaktivität werden in Form von kurzen monatlichen Monitoring-Berichten sogenannte alternative Medien überwacht. Und das alles geschieht unter dem geradezu zynisch anmutenden Fördertitel Demokratie-Leben. Was sagt das Ministerium dazu? Vor diesem Hintergrund fragten wir beim Bundesfamilienministerium nach. Die Antworten haben es in sich. Das Ministerium erklärte unter anderem, dass der Förderantrag von LipMod gar nicht auf den jetzt verwendeten Projektnamen Gegneranalyse lautete. Zitat aus der Antwort. Der Begriff Gegneranalyse ist nicht Titel des geförderten Projektes. Das Bundesministerium fördert das Projekt des Trägers Zentrum Liberale Moderne mit dem Titel Gegenmedien, Parallelöffentlichkeit und Radikalisierungsmaschine zur Delegitimierung der repräsentativen Demokratie. Zitat Ende. Das muss man sich ebenfalls auf der Zunge zergehen lassen. Die Stiftung Zentrum Liberale Moderne beantragt unter einem völlig anderen Namen, nämlich Gegenmedien, Projektmittel, und führt erst dann, nach Erhalt der Gelder, den viel verfänglicheren Namen Gegneranalyse ein. Wie man einem an dieser Stelle verlinkten Screenshot ersehen kann, lautet wirklich alles in dem Projekt auf diesen neuen, nicht vom Ministerium abgenommenen Namen Gegneranalyse. Eigentlich ein unerhörter Vorgang, der eine erneute Untersuchung des Antrages durch die Vergabeinstanzen des Ministeriums und mögliche Rückzahlung der Gelder erfordert. Unsere Frage, ob das LibMod-Projekt evaluiert wird, bejahte das BMFSFJ. Allerdings zeigt die Antwort auch, dass an einer ernsthaften Evaluierung kein Interesse zu bestehen scheint. Das können die beauftragten Institute gar nicht leisten, da sie alle einen ausschließlich sozialpädagogischen Hintergrund haben. Das Projekt wird als Teil des Bundesprogrammes Demokratie leben automatisch evaluiert. Mit der Evaluation bzw. der wissenschaftlichen Begleitung des Bundesprogrammes Demokratie leben wurden folgende Institutionen beauftragt. Fehlende Distanz zwischen Familienministerium und LibMod-Stiftung Ebenso aufschlussreich ist, wie das Ministerium in seiner Antwort die Behauptungen des LibMod-Projektes Gegneranalyse einfach ungeprüft übernimmt. In der Antwort auf unsere Frage, wie das BMFSFJ den Begriff Gegneranalyse bewertet und dessen Finanzierung rechtfertigt, macht sich das Ministerium völlig distanzlos die Behauptung, der privaten Stiftung zu eigen. In wörtlicher Wiedergabe eines Webseitentextes von Gegneranalyse heißt es in der Antwort des Bundesfamilienministeriums, Ziel sei es, Zitat, die selbst erklärten Gegner der liberalen Demokratie zu analysieren. Zitat Ende. Auf unsere weitere Nachfrage, wann und mit welchen Texten die Nachdenkseiten selbst erklärt hätten, sie seien Gegner der liberalen Demokratie, verwies der Ministeriumssprecher erneut auf das LibMod-Projekt zur Gegneranalyse. Statt dieser völlig unhinterfragten Übernahme von unbelegten Behauptungen der Projektverantwortlichen, mit einem beinahe wahnhaften Verhältnis zu den Nachdenkseiten, würde man sich etwas mehr Distanz und Neutralität eines Bundesministeriums wünschen. Doch stattdessen passiert genau das Gegenteil, eine umstrittene private Stiftung mit engen Verbindungen zum rechten Flügeln der Grünen und einer sehr eindeutigen politischen Agenda, Geheimdienstkontakte inklusive, welche an dieser Stelle verlinkt sind, wird vom Familienministerium zu einer Referenz und einem quasi staatlichen Akteur zur Überwachung von systemoppositionellen Medien erhoben, finanziert ausschließlich mit unseren Steuergeldern und ohne jede demokratische Legitimation und Kontrolle. Wer stoppt dieses wahnsinnige Projekt? Wenn es in unserem Staat noch demokratischen Anstand gibt, dann wären in diesem Fall der Bundesrechnungshof angesichts der Verschwendung von Steuergeldern sowie der Presserat, der sich die Verteidigung der Pressefreiheit gegen Eingriffe von außen auf die Fahnen geschrieben hat, aufgerufen, tätig zu werden. Doch statt nur auf den Bundesrechnungshof und den Presserat zu warten und darauf zu hoffen, dass diese ihre Pflicht erfüllen, rufen wir sie, unsere Leserinnen und Leser, dazu auf, die skizzierten Vorgänge genau zu beobachten und als Demokraten und Bürger dieses Landes dagegen einzuschreiten, wo immer sie das können. Mit Leserbriefen, mit Kommentaren und Stellungnahmen bei den beteiligten Institutionen wie dem Familienministerium, dem Innenministerium und die ihm unterstellte Bundeszentrale für politische Bildung. Auch bei der Stiftung Liberale Moderne. So wie mit Beschwerden bei ihren Abgeordneten. Im konkreten Fall vor allem bei denen der Grünen und der SPD. Die zwei Parteien, die die derzeit Verantwortlichen in den beteiligten Ministerien stellen. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.